Im Jahre 1453 endete nach 116 Jahren der 100-jährige Krieg zwischen England und Frankreich. England sollte letzten Endes diesen Krieg verlieren und das hatte jetzt auch Folgen auf England selbst, denn kurze Zeit nach dem Ende des 100-jährigen Krieges sollte es innerhalb von England zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen und diese Kriege sind uns heute bekannt als Rosenkriege. Und genau mit diesen Rosenkriegen wollen wir uns einmal auseinandersetzen und dazu soll es zwei Videos geben. In diesem Video, dem ersten, soll es um die Vorgeschichte gehen und es geht vor allen Dingen um die familiären Beziehungen, die zwischen dem Haus Lancaster und dem Haus York bestehen, denn am Ende ist das ein Konflikt zwischen dem Haus Lancaster und dem Haus York und wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man, dass es eigentlich ein innerfamiliärer Konflikt ist, den man hier hat. Es sind keine zwei getrennten Adelshäuser, sondern sie gehören alle zu einer Familie. Es sind im Grunde alles Nachkommen von König Edward III. Und wir wollen natürlich auch schauen, warum die Rosenkriege Rosenkriege heißen. In dem zweiten Video soll es dann um den Verlauf der Rosenkriege gehen und da soll dann dargestellt werden, eben was passiert ist und was auch am Ende dieses Krieges für ein Resultat bei herausgekommen ist. So, und schauen wir doch zunächst einmal auf die familiären Verflechtungen. Und hier habe ich mal ein Schaubild zusammengestellt, in dem ich versucht habe, möglichst sparsam zu sein, also wirklich nur die wichtigsten Personen einzutragen, um die es geht. Hier kann man zunächst einmal ganz gut erkennen, dass Edward III. derjenige ist, der ganz oben steht und sozusagen der gemeinsame Vorfahr von allen anderen ist, die man hier sehen kann. In Rot können wir jetzt die Anhänger des Hauses Lancaster sehen oder die Nachfahren von Johann, also Johan, dem Sohn von Edward III. Und ein weiterer Sohn von Edward III, nämlich Edmund, ist dann derjenige, der an der Spitze des Hauses York steht. Und alle Mitglieder dieses Hauses York, also die Nachfahren, sind hier in Blau dargestellt. Letztendlich ist diese Auseinandersetzung, die wir als Rosenkriege kennen, ein Konflikt, also zwischen den hier in Rot gefärbten Personen mit den in Blau gefärbten Personen. Natürlich nicht alle gleichzeitig, denn nicht alle lebten zur gleichen Zeit, deswegen verläuft diese Auseinandersetzung in mehreren Stufen. Die Rosenkriege selbst brechen 1455 aus, also zwei Jahre nach dem 100-jährigen Krieg, aber die Turbulenzen in England selbst beginnen schon 1399. 1399, da müssen wir jetzt das Schaubild ein bisschen anpassen, da sind von den beteiligten Personen diejenigen, die hier zu sehen sind, am Leben. Die entsprechenden Vorfahren, die schon gestorben sind, sind hier mit dem Todesjahr angegeben. Und im Jahre 1399 ist Richard der zweite König von England. Alle Könige, auch in dem Schaubild von eben, sind mit so einem Rahmen beschrieben, umgeben. Also ich gehe nochmal zurück, dann kann man das hier sehen. Alle Könige haben hier so einen Kasten drumherum. Edward V. ist ein Sonderfall, das werdet ihr dann im zweiten Video sehen, denn Edward V. wurde nicht zum König gekrönt, war aber derjenige, der dazu vorgesehen war, König zu werden. So, also jetzt ins Jahr 1399. Zu Beginn ist Richard der zweite der König von England. Allerdings setzt ihn das Parlament ab und so wird Henry IV. zum König von England. Jetzt mag man zunächst einmal einwenden, was ist denn mit dem Edmund Mortimer? Der wäre doch eigentlich, wenn man die Liste der Nachfahren geht, der nächste. Edmund Mortimer ist zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt, galt zwar als der Erbe des Königtitels, also hätte eigentlich nach Richard, dem zweiten König, werden sollen, war aber aufgrund seines Alters zu jung. Also man, das ist ja immer mal wieder ein Problem, nicht nur in England, sondern auch in anderen Königreichen, dass wenn die Erben zu jung sind, dass da auch versucht wird, die Macht von ihnen wegzureißen oder eben ein Machtkampf entbrennt, wer denn bis zur Volljährigkeit desjenigen an der Macht sein wird. Und hier umgeht man dieses Problem, indem man einfach Edmund Mortimer ausklammert und sagt, er ist einfach zu jung und Henry IV. wird dann zum Nachfolger ernannt. Und hier kann man schon erkennen, dass es eigentlich eine Spannung geben muss zwischen Edmund und Henry IV., denn wenn Edmund einmal volljährig sein wird, dann wird er doch sicherlich auf diesem Königstitel bestehen. Und Henry IV. erkannte natürlich die Gefahr, die dahin besteht, und deswegen wird Edmund Mortimer festgenommen auf Befehl von Henry IV. 1413 wird dann Edmund Mortimer zurück an den Hof geholt, denn 1413 verstirbt Henry IV. Und dessen Sohn wird Nachfolger, Henry V., und dieser befreit Edmund Mortimer aus seiner Haft. Dafür muss Edmund Mortimer aber die Herrschaft von Henry V. anerkennen. Damit wird im Grunde Edmund Mortimer kaltgestellt. 1415 allerdings, also zwei Jahre danach, und hier sieht man in diesem Schaubild die veränderte Konstellation, gibt es nun eine Verschwörung gegen den König, also gegen Henry V., denn beteiligt oder beteiligt ist dabei Richard von Cambridge, der ist hier rechts zu sehen. Richard von Cambridge, das ist also ein Angehöriger des Hauses York. Dieser Richard von Cambridge ist verheiratet mit Anne Mortimer, und das ist die Schwester von Edmund Mortimer. Und jetzt möchte Richard Edmund an die Macht verhelfen, und verschwört sich deswegen gegen Henry V., allerdings schlägt diese Verschwörung fehl, und Richard von Cambridge wird dann 1415 hingerichtet. Und damit kommt Edmund Mortimer nicht an die Macht, weil insgesamt die Verschwörung auch fehlschlägt. 1422 verstirbt dann Henry V., und dessen Sohn Henry VI. wird sein Nachfolger. Henry VI. ist allerdings zu diesem Zeitpunkt nur acht Monate alt. Allerdings ist die Königsherrschaft trotzdem gesichert, obwohl der Monarch zu diesem Zeitpunkt ja sehr jung ist. 1425 verstirbt dann Edmund Mortimer. Dieser Zweig, dieser direkte Zweig hier, ist zunächst einmal an ein Ende gelangt, aber Richard von Cambridge war ja mit der Schwester von Edmund Mortimer verheiratet, und der Anspruch von Edmund Mortimer geht jetzt hier rüber auf Richard von York. Also Richard von York hat jetzt in seiner Ansicht, oder in dieser Folge einfach, hat er die Forderung, oder stellt er jetzt die Forderung, auch König sein zu dürfen. Richard von York wird aber zunächst nicht König, Henry VI. bleibt erstmal ganz sicher in der Macht, aber Richard von York hat auf jeden Fall den Anspruch, selbst einmal König sein zu können, oder sieht sich zumindest in einer sehr guten Position, und Richard von York ist auch am Ende derjenige in England, der der mächtigste Vassall sein wird von Henry VI. Also Richard von York hat eine ganz starke Position innerhalb Englands. Bis 1453 allerdings kann Henry VI. mehr oder weniger unangefochten an der Macht bleiben. 1453 ist dann allerdings das Jahr, in dem der 100-jährige Krieg zum Ende geht, und ich habe es eingangs gesagt, England verliert diesen Krieg, und das wird jetzt Henry VI. sehr negativ ausgelegt. Man sieht in Henry VI. einen schwachen König. Und jetzt kommt es auch noch dazu, dass Henry VI. an einer Geisteskrankheit erkrankt, und somit noch geschwächter ist. Und diese Situation nutzt jetzt Richard von York aus und erweitert seine Macht. Er wird Lord Protector, aber Richard von York ist nicht überall beliebt. Und zwar einmal Edmund Beaufort, der Duke von Somerset ist sein Gegner, und die Königin, also die Frau von Henry VI. ist auch ein Gegner von Richard of York. Das ist Königin Margaret. Und Margaret und Edmund tun sich jetzt zusammen, um Richard wieder zu entmachten. Und das geschieht dann 1455. Und mit dieser Entmachtung brechen dann die Rosenkriege aus. Und wie diese dann verlaufen sind, schauen wir uns im nächsten Video genauer an. Ich will zum Abschluss dieses Videos nur auf den Namen Rosenkriege zu sprechen kommen. Die Herleitung dieses Namens ist eigentlich relativ einfach. Sowohl der Zweig, der Familienzweig Lancaster, als auch der Familienzweig York hatte als Familienzeichen eine Rose. Das Haus Lancaster eine rote Rose, das Haus York eine weiße Rose. Und deswegen werden diese Kriege Rosenkriege genannt. So, soviel also zur Vorgeschichte der Rosenkriege. Damit kann hier ein Punkt gesetzt werden. Und der zweite Teil ist dann also der Teil, der sich mit dem Verlauf auseinandersetzt. Und den zweiten Teil findet ihr unten in der Beschreibung als Link beigefügt. Unten findet ihr im Übrigen auch noch die Links zum 100-jährigen Krieg, falls ihr auch mal schauen wollt, wie dieser sehr lange Krieg verlaufen ist.